An einer Beziehung muss man nun mal permanent arbeiten. Doc, ich hab nur manchmal das Gefühl, dass er sich nicht mal mehr Mühe gibt. Er klammert total. Er hat buchstäblich Angst davor, allein zu sein. Bei diesen starken Gefühlen halten Sie doch die Hand. Ich. Er kommt Ihnen buchstäblich entgegen. Er will meine Hand nicht halten. Oh, scheiße. Du musst aber die Finger einhaken. Ohne Einhaken können wir genauso gut nur Freunde sein. Und keine Partner. Was sagt ihr Säcke jetzt zur Jump Street? Hey. Ich hab ne fette Gehaltserhöhung bekommen, um für euch Wichser wieder den Babysitter zu spielen. Geht's wieder auf die Highschool? Nein, du dämlicher Penner. Du Arsch siehst locker wie 50 aus. Ihr geht aufs College. Gefällt mir, Player? Wieso kommt mir bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen? Sandwich, Toaster, Knautschlüssel. Witziges Shirt, das zeigt, dass wir Alkohol trinken. Macht ihr beide wieder nur Schwachsinn am College? Das ist der gleiche Fall. Also macht auch das gleiche. Naja, ganz ist es nicht der gleiche Fall. Einer von uns hat gestern Nacht gefügelt. Und zwar in der Missionarstellung. Und zwar in der Missionarstellung. 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 Wir müssen den Gang hochschalten, Leute. Spring Break, ihr Pisser. Ne Granate? Man weiß ja nie. Und wieso steckst du sie dahin? Fühlt sich gut an. Orale Vato. Mein Partner will das Produkt sehen. Wo habt ihr den Gringo her? Von dem verdammten Mumford & Sons Konzert oder so? Kennt ihr mich noch? Ich bin euer bester Altraum. Ich bin euer schlimmster Altraum. Los, los! Schrecklich! Nein! Was? Nein! Was hattest du vor? Was ich vorhatte? Warum wolltest du mich küssen? Scheiße, ich wollte dich nicht küssen! Nein, du lädst dich schon wieder vor! Ich will gar nicht küssen! Das ist der unangenehmste Faustkopf, den ich je hatte. Hey, ich hab ne Granate in meinen Schwarz. Kommst du da ran? Ist sie das? Das ist mein Schwarz! Und das da? Das ist auch mein Schwarz! Das ist mein Schwarz! Das ist mein Schwarz!